Hallo, hallo Miko. Heute willst du dich von mir schminken lassen? Soll ich die Haare auch mitmachen? Ja, okay, alright. Dann setz dich doch bitte hin. Ja, was hast du gedacht? Rotlippenstift? Nee, du willst heute schwarzen haben. Okay, den habe ich rein zufällig hier. Ja, dann machen wir dir mal erstmal, ja, dazu mache ich ein Make-up und ein bisschen Glitchatten. Wenn das okay ist, ist es okay, ja. Eher heller Glitchatten oder eher dunkler Glitchatten. Okay, wie fangen wir denn mal an? Also, wir fangen erstmal mit dem Make-up an. Ähm, ja. Dann nehmen wir mal ein bisschen Make-up. Und tragen dir das auf. Ähm, ja. Wo habe ich das denn da? Das ist das Make-up. Gefällt dir die Farbe? Also, das ist ein sehr heller Ton. Nicht, dass du das nötig hast, Miko. Aber, ich meine, alle Mädchen haben das sowieso nicht so nötig. Aber, ähm, ja, ich habe gedacht, ein bisschen schminken ist ganz cool. Ja, okay. Das tragen wir dir jetzt auf. So, Miko, dann machen wir weiter mit dem Puder und mit den Glitchatten. Ich habe hier einen Pinsel. Damit werde ich dir das Puder auftragen. Okay. Das ist das Puder. Das passt gut zu dem Make-up. Das ist auch ein sehr heller Ton. Das ist ja auch ein sehr heller Hauttyp. Sonst sieht das so übertrieben aus. Ist das okay für dich? Okay, davon trage ich nur ein bisschen auf. Das Puder ist von Essenzenz-Mais-Skin-Miko. Okay. Puh, Pinsel runtergefallen. Ist ja nur auf den Tisch gefallen. So, dann tragen wir jetzt ein bisschen Puder auf. Ja, das reicht. Oh, Miko, du hast gerade ein SMS bekommen. Willst du sie kurz lesen? Ja, okay. Ach, das war deine Freundin. Alles klar. Wollen wir weitermachen? Du bist übrigens eine sehr gute... Ja, und dann, ja, die hat dir von mir geschminkt gehört. Du hältst still. Du lässt alles mit dir machen. Ja. Okay, machen wir weiter. So, das reicht schon, mein Puder. Wollen wir weitermachen mit den Lippen-Klitschern. Und zum Schluss nehmen wir dann den Lippenstift und das Lippgloss. Ich habe hier so eine kleine Kasse. Würdest du mal einen Spiegel gucken? Ja, da ist ein Spiegel drinnen. Ja. Machen wir weiter mit den Lippenstift. So, jetzt machst du einmal kurz die Augen zu. Ja, das sieht gut aus. Ja, mit Glätzer, mit Glätzer, mit Glätzer, mit Glätzer, mit Glätzer. Das sieht gut aus. Ja. Dann sind wir mit den Gliedschatten schon fertig. Dann können wir jetzt mit der Femperndtosche weitermachen. Wo habe ich die hier? So. Jetzt willst du das selber machen. Das geht, glaube ich, besser. Ja, okay. Ja, bitteschön. So, und jetzt kurz Augenstelle halten. Ja. Das sieht gut aus, Mikro. Das sieht richtig gut aus. So. Und jetzt, guter Letzt, nehmen wir nochmal kurz ein Lippenstift oder Lippgloss. Nennen wir nochmal kurz den Lippgloss. Ich würde sagen, der passt besser dazu. Der ist ein bisschen heller. Jetzt machst du mal kurz einmal ein Kussbund. Ja, das sieht gut aus. So, wir sind fertig, Mikro. Willst du dich jetzt mit deiner Freundin treffen? Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Mikro. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß heute. Tschüss.